Die Eurowings bietet ab dem Flughafen Stuttgart den Service eines unbegleiteten Kindes an. Das heißt, das Kind kann ohne seine Eltern zum Beispiel innerdeutsch oder nach Wien oder nach Zürich fliegen. Ständige Begleitung ist dabei und den Service bieten wir an für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Man kann den Service über das Callcenter oder am Flughafen buchen und wenn man dann am Flughafen ist, dann geht man zum Check-in. Dort werden nochmal alle Papiere überprüft, Ausweis und ob alle Unterlagen vollständig ausgefüllt sind. Dann bekommt man die Bordkarte und die Begleitbordkarte und dann kann man mit dem Kind bis zum Gate gehen und dort warten, bis alles abgewickelt ist. Der Service wird sehr häufig gebucht. Ich kann sagen, dass wir ab Flughafen Stuttgart monatlich circa 100 unbegleitete Kinder befördern und das Kind ist immer bewacht, immer beaufsichtigt. Bei der Übergabe am Gate bis zum Boarding Support bis in den Flieger ist das Kind ständig beobachtet, immer begleitet. Also das ist eine sehr sichere Sache, sein Kind alleine innerhalb von Deutschland oder nach Wien oder nach Zürich zu befördern. Ich bin selbe Mutter, ich habe auch einen Sohn und ich weiß schon, wie die auch Kinder reagieren, wenn die aufgeregt sind. Wenn sie nachher auch am Fenster sitzen oder am Platz sind, dann fühlen sie sich echt super. War es so allein geschafft zu haben, das macht die Kinder natürlich auch stolz. Selbst am Zielort wird sichergestellt, dass nur eine vorab autorisierte Person das Kind entgegennehmen kann. Das heißt, es werden nochmal die Papiere überprüft, ob es auch die Person ist und dann wird das Kind erst übergeben.